Hallo, heute mal wieder was zu den Glasflüglern. Ich hatte ja letztens schon mal erwähnt, dass man sie durch Pheromone anlocken kann. Und hier habe ich jetzt ein Beispiel für euch. Ihr seht sie herumfliegen, diese kleinen fliegenartigen Tiere. Das sind Schmetterlinge. Und ich habe hier ein kleines Pheromon. Das ist dieser Gummistopfen. Und dieser Gummistopfen, der täuscht ein Weibchen vor. Denn bei den Glasflüglern ist es so, das Weibchen verstreut Pheromone und diese locken die Menschen, die männlichen Tiere an. Und in diesem Pheromon, in diesem Gummiteil hier stecken quasi künstlich angefertigt die weiblichen Pheromone. Und die männlichen Tiere, die jetzt hier in der Umgebung fliegen, bekommen mit, dass hier irgendwo ein Weibchen sitzt. Oder denken es zumindest. Und ja, orten es dann quasi. Also sie filtern die Pheromone aus der Luft und wissen daher, wo das weibliche Tier sitzt. In dem Fall ist es eben nur eine Vortäuschung. Aber so kann man tatsächlich Glasflüglern nachweisen. Es gibt für jede Art ein eigenes Pheromon, beziehungsweise manche Pheromone wirken auch für mehrere Arten. Und genau, also die sind relativ spezifisch. Die Pheromone sind aus nicht vielen Stoffen zusammengesetzt. Also es gibt fünf bis sechs Stoffe, die in unterschiedlichen Verhältnissen zueinander eigentlich so ziemlich fast alle Glasflüglerarten anlocken können. Und genau, dieses Verhältnis muss man eben wissen. Und dann kann man diese Pheromone künstlich herstellen und damit dann eben die Glasflüglerarten nachweisen. Man muss im richtigen Piotop sein dafür, zur richtigen Zeit, also zur richtigen Jahreszeit, gleichzeitig auch zur richtigen Uhrzeit, am richtigen Ort sein. Die Tiere sind wirklich sehr spezifisch und fliegen nicht ständig. Also jetzt seht ihr hier wieder ein neues Tier ankommen, das ist das nächste männliche Tier. Und ihr seht, wie es den Hinterleib beugt. Das heißt, es will tatsächlich kopulieren mit dem Pheromon, da es eben wirklich davon ausgeht, dass es ein Weibchen ist. Genau, also einfache Nachweismethode für Glasflügler wirkt sehr schnell. Ich habe das Pheromon vor drei Minuten ausgebracht und da jetzt den Birken-Glasflüglern nachgewiesen. Noch mal eine kleine Szene zum Nachreichen. Also seht ihr gerade, ich sag mal, acht Stück mindestens. Acht von den Glasflüglern, die das Pheromon umfliegen. Teilweise sitzen sie auf dem Pheromon, wie ihr sehen könnt. Teilweise sitzen sie hier daneben. Einfach auch wunderschöne Tiere irgendwie. Sehr grazil und vor allem unscheinbar. Man würde sie in der Natur quasi nie erkennen, wenn man nicht zufällig drauf schaut. Man würde sie nie von Fliegen zum Beispiel unterscheiden können. Einfach von der Flugform her. Sie sind extrem unscheinbar, sind sehr schnell, sind auch ganz schnell wieder weg. Und daher sind Glasflügler eigentlich extrem schwer nachzuweisen. Es sind meistens wirklich Glücksfunde oder man sucht eben wirklich nach den Raupen auch, wo ich im Frühjahr schon mal ein Video vorgestellt habe auch. Aber ihr seht, es ist extrem leicht mit Pheromonen die Tiere anzulocken und wirklich mit gutem Erfolg, wenn es das Habitat auch hergibt. Also das hier ist schon ein sehr spezielles Habitat, ein sehr gutes Habitat. Und ja, dann hat man wirklich schnell einen sehr, sehr guten Erfolg.